Malzai, Freunde, willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3 und den Prestige-Meisterungs-Herausforderungen im Multiplayer-Modus. Dieses Mal Draufgänger. Ja, dafür müssen wir insgesamt 250 Operator Assists bekommen. Das heißt, wir schießen den Gegner an, einer unserer Teamkollegen tötet ihn und wir bekommen einen Assist, weil wir ihm beim Töten geholfen haben. Das ist auch schon alles. Meistens sieht man hier, wenn man stirbt, finde ich, Schippman zum Beispiel, man schießt einen an oder schießt zwei an. Kickt auf die Fresse und stirbt und der Mate kommt und rasiert sie weg. Sack hat man ein, zwei Assists. Das ist auch schon alles. Die Assists kann eigentlich jeder von uns. Kickt auch in jeder Runde, gibt man ein paar Assists. Also passiert quasi von alleine. Wie er es aber trotzdem nochmal in etwa aussehen kann, zeige ich euch jetzt schnell. Ich werde beschossen! Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.